Wir werden getroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure, wie sie nennen, Boxen geht. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Bei mir ist jeder willkommen. Und das Ganze wird hier politisiert und das ist einfach vollkommen ätzend. Weil, wie gesagt, gestern war Christopher Street Day und es war völlig okay, dass 80.000 Leute eng einander aus der Straße waren. Also schaltet den Strom aus und holt mich mit der Polizei hier runter. Ich hab die Schnauze voll davon. Ich hab letztes Jahr, ich hab letztes Jahr Autokino-Konzerte gespielt, damit wir irgendwie ein bisschen Kontakt haben. Ihr durftet weder die Fenster runter machen, noch durftet ihr singen nach irgendeinem Scheiß. Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen. Herzlichen Dank. Auch delivered so zusammen.